Hast du den da? Gut. Ja, hä? Nix los? Wie bist du gestorben? So meine Freunde, nur ganz kurz bevor das Video startet, ich wollte mich erstmal dafür bedanken, dass wir im Moment 262 Abonnenten sind, Leute. Wirklich sehr, sehr geil und mein Dank gilt da vor allen Dingen den Abonnenten von Z-Racer, wirklich korrekt, dass ihr vorbeigeschwungen seid. An meine Abonnenten, ich habe das Z-Racer-Kommentatoren-Battle-Contest-Whatever gewonnen, Leute. Ihr könnt gerne bei dem Gewinnervideo vorbeischauen, ich werde es auf jeden Fall mal verlinken, Leute. Plus, ich habe meinen FIFA-Kanal zu Pippo Gaming TV umbenannt, da könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen, wenn ihr Bock auf alle möglichen Sachen habt. Und so viel, ja, wollte ich erstmal nur kurz vorhersagen, Leute. Plus, ich wollte mich entschuldigen, dass letzten Sonntag kein Video kam. Das lag einfach da dran, dass ich hatte zwei Videos geplant, die ich hätte hochladen können. Bei beiden konnte ich es nicht rendern und ja, ich habe alles probiert. Es ging leider einfach nicht. Deswegen kommt jetzt wieder diesen Sonntag dieses Video hier. Und ich hoffe, es wird euch gefallen, Leute. Gönnt euch das Video. Und falls euch diese neue Serie, die ich jetzt hier, die im Anschluss kommen wird, gefällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, lasst eine Bewertung da und haut rein, Jungs. So, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einem weiteren neuen Videoformat, Leute. Und ja, in diesem Video, ähm, ja, stellt euch das neue Videoformat einfach mal etwas vor. Und dann wird es natürlich auch schon die erste Runde gleich geben, Leute. Und zwar, das Ganze soll so ein bisschen in Anlehnung daran, lol, soll einfach daran ein bisschen in Anlehnung sein, dass ja bald Black Ops 3 rauskommt und wir uns dafür alle schon mal richtig warm schwitzen, Leute. Und zwar mache ich so ein kleines Road to in jedem Game, Leute. Das bedeutet, ich versuche in jedem Game live, in einem Live-Comptial, die höchste Sache, die man in einem jeweiligen Game erreichen kann, zu erspielen. Und heute werden wir einfach mal auswählen, ich sehe, ich zeige euch das mal hier ganz kurz, mit was wir anfangen. Also, zum Beispiel in Ghosts, wo hätten wir dann live auf eine Cam, in MV2 auf die Nuke, in MV2 auf die Nuklearen, MV3 auf die Morb und in AW auf die BNA, Leute. Ich glaube, das waren alle Spiele, wo man irgendwas erreichen kann, so. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, Leute. Ähm, und ja, wir werden gleich einfach die Zahlen 1 bis 5 hier in den Random Generator rein eliminieren. Und dann werden wir sehen, was für eine Zahl rauskommt. Und dann werden wir, werde ich gleich live eine Runde das Game spielen, auf die jeweils höchste Streak gehen, Leute. Und es wird dann erst ein neues Game ausgelost, sobald ich natürlich die Challenge, sage ich jetzt mal, live geschafft habe, Leute. Und das werde ich einfach so ein bisschen durchziehen, ein paar Monate, ja. Also, die wird es jetzt nicht so oft geben. Ich habe ja nur andere Serien jetzt, wie zum Beispiel das Can You Beat Me, Leute. Ähm, das wird es auch bald wieder geben. Und natürlich auch noch so Standardsachen, sage ich jetzt mal, ja. Etc. Leute. Ich würde gar nicht viel schnacken, gar nicht viel rum, sondern ich habe, glaube ich, den Sinn jetzt langsam verstanden. Wir machen jetzt erstmal 1 bis 5 hier. So, 1 bis 5. So, Leute. Jetzt seht ihr hier die Tabelle. Wir machen die Ganze mal ein bisschen kleiner, so, damit ihr das hier alles schön sehen könnt. Also, wir generaten jetzt in 3, 2, 1, let's go. Und generate Nummero 3 und 3 ist Black Ops 2, Leute. Jawohl, Alter. Richtig nice. First Try Black Ops 2. Also, meine Freunde. Jetzt wird live auf die Nuklear geschwitzt in Black Ops 3. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in-game wieder. Bis gleich, Jungs. Ich habe hier gefunden, Team Deathmatch auf Stand-Offs im Start. Wenn ich jetzt mal richtig hinsetze, so. Und falls ihr euch gerade fragt, Dega, was hast du da für einen komischen Account, Leute? Ja, den habe ich noch gefunden. Ist übrigens auch ein On-Nock-Roll. Von dem damaligen Clan. 5, 4, 3, 2, 1, let's go, Leute. So, okay, gut. Also, wir gehen heute auf die Nuklear. Haben wir ja gerade eben ausgelost. Okay, gut. Die zwei haben wir schon mal, Leute. So. Ich bringe schöne Grüße an Nils. Der müsste wissen, woher dieser On-Lock-All stammt, Leute. Ah, das waren noch Zeiten. So, Drohne erstmal raus. Wir chillen uns hier mal ganz kurz hin. Okay, gut. Döner. Döner, Döner. Okay, nice. Den haben wir. So. Oh, nein, nein. Ich schneide mich jetzt nicht. Okay, gut. Oh, Gott, Leute. Ihr seht schon, dass es hier keine normalen Spieler sind, wenn die Drohnen geiern, Leute. So, ich werde jetzt mal alles dafür tun, nicht zu sterben, kurz vor Morbi. Nein, jetzt zum Morbi ja nicht. Okay, zwei vor dem Orbit, Leute. Wenn ich jetzt sterbe, verkaufe ich alles. Boah, der Orbit ist so wichtig, gerade, Leute, ne? Wir haben den Scheiß Gegner. So, den habe ich mir jetzt mal gegrabt, weil es mal, glaube ich, kein Sniper war. So. Wir gehen jetzt nur mal auf Safety first. Alter, ist es moll, Junge. Ich weiß nicht, was der sich eben dabei gedacht hat, egal, warum mal irgendwie raus. Ich weiß nicht, was der sich eben dabei gedacht hat, sich da einfach in die Ecke zu setzen. Weil das fand ich schon ein bisschen frech von ihm. So, nice. Den haben wir auch, Leute. So, jetzt holen wir uns den erstmal hier hinten. Oder auch nicht. Der wird uns gegeiert. Okay, nice. Den haben wir auch skrupellos schon am Start, Leute. Oh, die beiden werden mir auch gegeiert. Das ist ja wieder immer so, Leute, ne? Man macht den Orbit fresh. Und was machen die undankbaren Teammates? Die geiern einem alles nur. So kennt man sie. Immer diese deutschen Teammates. Okay, gut. Ich brauche es aber ein paar mehr Kills. Fuck, mein Orbit ist einfach schon jetzt weg. Fuck. Okay, gut, Leute. Nein. Oh, Gott, habe ich gerade Glück. Fuck, sie haben meine Drohne untergegeiert. Okay, gut. Jetzt hier. Alter, unnachgiebig und fast tot, Leute. Einfach so gut wie tot. Okay, gut. EMP raus, Leute. EMP raus. So. 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 Junge, warte. Alter, der liegt jetzt herzlichen Esmin hin. Ja, das sind die geilsten Spiele. Kennt ihr die? Die liegen Esmin. Wenn man da reinläuft, drehen sich aber nicht mal um, Leute. Das ist so geil. Okay, gut. Wir sind, äh, 23er Streak. So, okay. Das kann sogar übrigens meine erste Runde online, Leute, wenn das jetzt hier direkt klappen würde, Leute, was, 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 ich bin raus, Leute, haut rein, alles klar, ja, Black Ops 2, Leute, läuft perfekt, ich bin raus, Servus, ne, lächerlich, lächerlich. Das ist so geil.